und damit begrüße ich ganz herzlich hier zur zweiten folge von sim airport wir bauen heute an unserem kartoffelflughafen weiter es sieht ja noch recht schlicht hier bei uns aus letztes mal haben wir tatsächlich schon den ersten flug hinter uns gebracht und wenn ich es richtig sehe ich weiß nicht genau und zu welchem zeitpunkt ich gespeichert habe ja aber ich dachte das flugzeug würde noch dastehen aber bevor es weitergeht wir wollten hier einerseits natürlich noch wc damen und wc herren einbauen zum anderen brauchen wir noch ein büro so muss mindestens was muss erreichbar sein direkt oder durch eine tür ja das kann man easy peasy machen das ist natürlich absolut kein problem so du benötigst noch einen bürostuhl und einen bürotisch das ist auch absolut kein problem hier haben wir nämlich hier haben wir einen bürotisch und einen bürostuhl bevor es weiter geht mache ich mal kurz die planungen hier für unser wc wc damen und wc herren dafür brauchen wir natürlich jeweils eine tür das ist klar so du brauchst waschbecken toilette urinal waschbecken und toilette alles klar also 3 eigentlich könnte ich dir auch hier so nebeneinander machen ich mache jetzt mal so toilette urinal machen wir mal auf die andere seite so und waschbecken brauchen wir logischerweise auch so dann lassen wir das ganze doch mal laufen sehr gut die kommen jetzt hierher gelaufen wunderbar wir können jetzt hier einen ok das ist nur noch dabei wir können hier einen management verwalten einen sie einstellen ist jetzt automatisch hier in das büro büro sehr gut ihr wartet hier auf den nächsten flug sehr gut da kommt wieder das gepäck gut klar das sollte logischerweise auch alles dann mal auto was brauche ich dafür ein hausmeister braucht er ein extra raum sicherheit wartung büro besucher empfang abfall ich würde jetzt einfach mal ein hausmeister einstellen der sich hier ein bisschen so um die reinigung kümmert die leute fliegen alle noch ohne gepäck ist auch interessant wieso auch nicht so machen wir eigentlich plus gesamt wir machen minus gesamte mitarbeiterkosten oha wir müssen hier so ein paar oh ja das hat auch immer viel gebracht wir müssen hier mal so ein paar automaten aufstellen hier so bücher stand was muss in einem muss in seinem funktionierenden geschäft ich hier geschäft okay dann dann habe ich eine idee dann ziehen wir mal eine wand rein ok hier geht nicht hier geht auch nicht gut dann ziehen wir nur mal hier eine wand rein so deklarieren das hier mal als geschäft und dann können wir hier mal ein bisschen ein bisschen einbauen apotheke noch mal apotheke und teuerung plastik spieler automat besucher empfangen für bekleidungsstand in dieser position nicht verwendbar dann machen wir so ein bücher stand kommt hier noch hin check in schaltung das ist was ich ihre kommen hierher um ihre boarding pässe zu erhalten dann stellen wir das ist so okay das ist halt einfach doppelt wenn wir dann brauchen wir das nicht dann wollen wir das nicht was haben wir die lobe das herstand das ist hier muss in einer spielzone sein alter was fehlt verkaufsberater auch ich glaube ich zwei oder kann dort sein ich habe absolut keine ahnung was weise dies einer küche zu um bestellungen mein gott also wie viel muss man da mittlerweile beachten sehr heftig also das muss jetzt hier erstmal in eine spielspielzone fehlgeschlagen mindestgröße vier mal vier wenn das das kleinste problem ist so sehr gut wir müssen hier irgendwie ein bisschen an cash kommen weil eigentlich geben wir gerade nur aus also wir geben absolut nur aus die halten jetzt hier auf den korona abstand oder wie es ist ein programmiert ja gut dichter hinten können wir eigentlich auch demontieren was finden wir denn noch so könnte man passen ich bin hier vertreten dass die leute sicher immer hin hocken können die armen leute müssen hier stehen und dann hier nochmal und dann halt auch hier für die normalen leute was zum hin hocken keine ahnung das genutzt wird euer sud genuss auch schön dann kann ich doch hier einfach weil ich kann eine dreierbank rein machen weil ihr da immer so schön steht komm wir haben doch den platz wieso gebe ich eigentlich geld aus sich hält ich denke nie dran wir wollen doch hier wo ich brauche mir auch hier mehr 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 spielautomaten hier plaster spieler mal zum boom boom so easy ich könnte ich verschieben der fakt fährt einfach durch alles durch dem gebe ich jetzt mal eine separate straße ich möchte es nur in eine richtung machen verkaufsberater ja geht hier rein zuweisen zu zuweisen zu zu was kann ich es zuweisen zu dir was ist das es müssen mitarbeiter um alle geplante aufgaben zu erledigen verkäufer vier mal äh oh was ist das denn verkäufer einstellungen ändern ja was habe ich hier verkaufsberater wieso geht ihr du hast keine güter an lager was du hast keine güter an lager was muss ich denn da ich gerade eben schon drauf klickt benötigt ein büro als ob als ob jetzt ein büro benötigt komm schon naja kann ich schon büro stuhl bitte kommt ihr dann jetzt gleich hier rein oder zuordnen zu dichter zu was kann ich das zuordnen 0 zugeordnet ok falls ihr da tipps habt wie das ganze geht wäre ich das sehr erfreut darüber ich habe jetzt hier wer hat euer wort ango ja natürlich weil 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 was 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 genau bringt mir das jetzt also ich habe hier ein geschäft ja ja das weiß ich dass du dem zugeordnet bist aber mein problem ist nur ich habe hier ich habe hier so einfach nur so ich verstehe es nicht also falls es irgendjemand spiel von euch und mir da helfen kann bitte ich habe absolut kein schimmer was das spiel hier von mir will so wir probieren es einfach mal weiter wir müssen wir müssen ja irgendwie ins 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 bis kommt da ich hätte die nicht brauche so und in klassen kostet mich so viel also halten wir quatsch hier machen wir mal acht so weil dann kostet das so gut wie nichts mehr und dann mache ich ja deutlich weniger minus wo sind die jetzt hin ach so die habe ich entlassen ja wusste ich was ist hier windbedingungen verschlechten sich wo heißt ist ich würde sagen heute sagen wir sind größeres tut ja 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 aber die haben alle schlechte info die möchten hier meine info haben eine informations große informations anzeige die kriegt ihr euch hierhin so lautsprecher verstärker große info anzeige groß eine flüge info anzeige groß geht in voranzeige groß geht in voran zeige groß was ist in deinem geschick ja hallo kann ich nicht bauen das ist ein mod okay kann ich nicht bauen das könnte man hier natürlich auch noch hin und dann kriegt ihr hier noch mal eine info und da noch mal eine info und hier noch mal hier kriegt er auch noch mal eine sehr gut das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht eigentlich könnten wir noch eine zweite fluggesellschaft hier engagieren beispielsweise hier alle annehmen es sind drei stück also oh wait das sind jetzt ja alle so invalid oh echt? Really? Ja, muss ich ja. Kann ich die nicht... Ah doch nach hinten ziehen? Kann ich sie? Okay. Dann gebe ich den jeweils eine halbe Stunde Zeit. Äh, ja. So. Hier kriegt er auch noch ein bisschen Zeit. So, wunderbar. 1A. Wieso habe ich noch keinen PM? Ah, weil hier die Landebahn nicht mit... Äh... Operations... Ne, Erweiterungen. Hier, Beleuchtung. Blub! Was hat es sonst noch so? Äh, die Papi und das ILS. Ja, die... Ja, hier ist Papi, hast du noch. So. Jetzt kann ich auch... Äh, äh... Oh, 81%? Umwelt. Was heißt ein Umwelt? Was ist Umwelt? Langeweile. Welt. Umwelt, 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 Umwelt. Umwelt, Umwelt, Umwelt. So, kann ich jetzt prinzipiell Nachtflüge nehmen? Oh, ich kann Nachtflüge nehmen. Sehr gut. Aber Early AM kann ich nun nicht nehmen. Hm... Hier. Annehmen. Annehmen. Klub, klub, klub. So, um sie mehr Flugzeuge, um sie mehr Geld machen wir natürlich. Okay, warum kann ich kein Early AM annehmen? Ja. Hm. Hm. Naja. Werden wir dann sehen. Gut. Hm, könnten wir das... Könnten wir das prinzipiell noch irgendwie, sag ich jetzt mal, beschleunigen, indem wir jetzt einfach sagen... Ähm... Wie hieß das Ding? Gate? Gate-Schalter. So, wenn die jetzt hier hochkommen... Äh... Wir haben jetzt hier einfach zwei Gate-Schalter. Hm... Genau. Zuordnen zu dem Gate. Hä? Hast du doch zuordnen zu? Da. Hä? Zuordnen da. Ja. Schließen. Zuordnen. Da dazu. Sehr gut. Dann das zumachen. So, du bist Personal. Äh... Da ist... Den Gate-Schalter hätte ich tatsächlich mal gesagt. Demontieren, genau. Und dann brauchen wir noch einmal Personal. Umwelt. Was ist Umwelt? Okay. Okay, gut. Machen wir Plus? Wir haben immer noch Minus. Kann ja nicht sein. Äh... Na, ich muss das hier mal ein bisschen hochsetzen. Terminal Nutzungsbügel. So. Äh... Ja, genau. Gut. Gut, gut, gut. Warte. 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 Das wollte ich doch gar nicht. Wie sieht's jetzt aus? Oh, wir machen immer noch so... ...maximale Mitarbeiterkosten. Warum kosten meine Mitarbeiter so viel? Warum kosten meine Mitarbeiter so viel? Okay. Hier sind die Verkäufer. Oh mein Gott. Ich Idiot. Security? Brauch ich so viel. Okay, gut. Management. Verkaufsberater braucht kein Mensch. Das war's dann auch für diese Folge. Wir haben den Bahnhof etwas... Den Bahnhof. Nein. Den Flughafen natürlich etwas sehr voll gemacht. Das heißt, wir müssen uns das nächste Mal auf jeden Fall nochmal... Wir machen Plus. Leute, Leute, Leute. Wir machen Plus. Ich bin gut. Der Kartoffelflughafen macht Plus. Ui. Ne, das nächste Mal kümmern wir uns... Ich mach hier mal kurz Pause. Das nächste Mal kümmern wir uns um... Ja, ein bisschen den Ausbau, weil es pflanzen würde dann auch der Platz klein. Wir werden ein zweites Gate hinbauen. Wir werden dann auch mal so hier den oberen Bereich etwas ausbauen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Schalte auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.